Musik Tag ihr Nasenbeeren, herzlich willkommen zu einer neuen Runde DayZ mit meiner Nachhilfelehrerin hier auf der rechten Seite, der Frau Chakram. Auch genannt Trinity, hallo. Wir haben heute ein Ferngespräch mit einem weiteren Kollegen, mit einem Let's Player namens Marv, von Marv Zockt, mit dem wir uns heute mal treffen wollen. Marv, du müsstest erst mal mit meiner Lehrerin klären, wo du steckst, damit wir dich finden. Und bist du eigentlich jetzt Schüler, Referendar oder ein weiterer Nachhilfelehrer? Ich bin ausgebildeter DayZ-Spieler an der AKM, kein Problem. Also im Moment laufe ich mit einer Lee Enfield rum, aber habe gerade eine AKM gefunden, das bietet sich gerade an. Du hast einen weiteren Bodyguard, Harald. Ich habe schon die ein oder andere Runde DayZ hinter mich gebracht. Na spitze, dann habe ich bald irgendwie fünf Bodyguards oder zehn oder so, dann kann mir gar nichts mehr passieren. Du bist auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Dann kann ich ja meine Waffe abgeben. Also jetzt müssen wir dich irgendwie erst mal finden, ne? Genau, ich bin in der Schule in Tscherno oben. Da hatten wir uns das letzte Mal ausgelockt. Und habe jetzt hier gleich eine Spielerleiche gefunden. Schön mit AKM und allen möglichen Sachen. Bin also gleich gut ausgerüstet hier. Glücksschweinchen. Ja, schon so ein bisschen. Also ich weiß ja nicht mehr, wo wir sind wieder. Die Karte, die zeigt mich wieder nicht an, ne? Doch, doch, ich habe es ja gerade aufgemacht. Da hat wieder einer rumgespielt und lauter unnütze Kreuze, Markierungen hingemacht. Also wir sind doch bei Dubrovka in der Nähe von Beresina, wo wir eigentlich hinwollten. Aber wenn natürlich der Mark unten in Tscherno ist, müssen wir ihm eigentlich fast wieder entgegenkommen. Ja, dann machen wir das doch einfach. Dann würde ich sagen, ich gucke mal, ob ich mir einen Wegpunkt setzen kann. Guglovo, das sieht so nach Mitte aus. Nehmen wir mal Guglovo, macht der einen Wegpunkt? Er macht einen. Ui, vier Kilometer. Ein paar zerquetschte. Das dauert dann schon ein bisschen, ne? Ja, so, so. Moment, vier Kilometer sind die halbe Strecke? Ja. Okay, dann maschieren wir mal los, sonst schafft man das ja nicht mehr bis zu den Weihnachtsferien. Das könnte eng werden, ja. Ich meine, Marv kommt uns ja auch dementsprechend entgegen. Habt ihr auch ein bisschen Lag? Oder täuscht das jetzt bei mir? Ich habe ultra viele Fliegen. Zählt das auch? Naja, ich habe hier bei mir so alle paar kleinen Stotter drin, dass ich da... Also, so ein bisschen, ja. Ich bin genügsam. Ich merke sowas nicht. Ich bin eh total kurzsichtig, insofern. Na dann. Ist das völlig. Oh, äh. Total vergessen. Hier sind ja beide und Zombies. Äh, ja. Denen wollen wir doch... Frau Schackram, Frau Schack, Frau Schackram. Ja, 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 ja. Mein Fehler. Das heißt, ja komm, lass uns darüber ausweichen. Rechtsrum. Linksrum wäre zwar kürzer. Wisst ihr, wie lange es dauert, bis Sachen, die man fallen lässt, die spawnen? Also, bis die verschwinden? Ähm. Gute Frage. Na, ich weiß es garantiert nicht. Also, neues Spawnen... Hm. Ich denke mal, vielleicht so eine halbe Stunde... Ich denke, es ist eine Servereinstellung. Ich denke, das kann eine halbe Stunde dauern. Das kann auch wahrscheinlich so lange dauern, bis der Server neu startet. Okay. Ich bin eigentlich, ehrlich gesagt, nie lang irgendwie wo geblieben, um das herauszufinden. Hm. Marv, erzähl doch mal ganz kurz was noch zu dir. Genau. Ich bin, ähm, Let's Player, ebenfalls aus dem GameStar-Netzwerk. Let's Player auch DayZ, Counter-Strike, Spider-Man, alle möglichen anderen Sachen. Und, äh, ja. Hab mir gedacht, ich klinke mich hier einfach mal ein und sag Hallo. Und schau mal, ob ich den Harald auch irgendwie zusätzlich beschützen kann. Hallo erstmal. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Du hast da mal wieder... Du weißt schon, ne? Was? Ja, du hast da wieder einen Fan hinter dir. Echt? Ja. Ich seh keinen... Haralds Fans stinken. Kann das sein? Ja, ich hab den jetzt auch... So ein bisschen nach toten Leuten. Ja, ja. Die haben keinen Axe dabei. Ich hab nix gesehen. Ich hab nix gehört. Kein Axe dabei. Wie liegt denn der da drin? Die gönne ich mir. Der ist ja da total reingedrückt. Ey, der schaut ja aus wie Han Solo auf andersrum. Den Carbonit. Also, ne, die konnte ich nicht sehen. Der war zu flach. Der Witz oder der Typ? Du hast ihn nicht gesehen, weil er hinter dir rannte. Nur, da ich ja immer einen Blick auf dich werfe. Ja, sehr brav. Nein, nicht der Witz. Also, er war so flach wie meine Witze. So. Ah, okay. Ja, also den Zombie, den hat's ein bisschen bauchlinks auf 12 gelegt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Wahrscheinlich habt ihr's nicht mitgekriegt. Wär ja komisch, wenn ihr das mitbekommen habt. Ich hab jetzt erst mal was mit der Facecam gemacht. Mit dem Gruselspiel. Ich hab's gesehen. Ich hab's mitbekommen. Ich hab's gesehen. Was war das? 2.600 Abonnenten-Special oder so? Ja, ja, genau. 2.500 Abonnenten-Special. Genau. Und der Gag war, der eine hat drunter geschrieben, ich soll doch mal das Daisy-Inventar mit Facecam vorführen. Das wäre wesentlich interessanter in meinem Fall. Ja, da könnt ihr recht haben. Aber dann sehen alle, dass ich weine. Und das muss ja nicht sein. Nein, nein, aber ich würd's dann auch mal ganz sehen, wenn du sagst, diese... Wie war das? Kacke, Hölle... Wie heißt der Spruch? Äh, aus der Hölle... Ja, ja, direkt aus der Hölle meinst du jetzt. Ja, 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 sowas. Ja, also, nee, das ist keine doofe Idee eigentlich, das mal zu machen, weil ich begreif's ja bis heute noch nicht richtig. Es ist eine Katastrophe. Aber egal. Das ist total krass, was hier an Leuten rumlaufen, rumliegen. Ich hab total viele Leute gefunden, die jetzt hier rumliegen und alles Mögliche dabei haben. Ich hab gar nicht so viel Platz. Mal, ich würde mir da ernsthafte Sorgen machen an deiner Stelle. Das ist also wirklich der Jackpot, den ich jetzt hier grad knacke. Ich muss mich jetzt irgendwie... Hier sind vor allem voll viele Rucksäcke. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt meinen Rucksack am besten austausche. Meiner verschwindet, ne? Wenn ich den anderen Rucksack jetzt nehme, dann verschwindet der Inhalt aus meinem Rucksack, richtig? Äh, kann passieren. Mach das lieber so. Pack deinen Inhalt von deinem Rucksack erst in den Rucksack, den du aufnehmen willst. Und wenn du das Zeug in dem drin ist, dann erst nimm ihn auf. Dann kann dir nichts wegbacken. Okay, dann probiere ich das einfach mal. Also erst von deinem Rucksack in den, den du aufnehmen willst. Und dann nimmst du den auf. Anstatt umgekehrt. Schauen wir mal, ob das klappt. Also ihr habt nicht diese Mini-Ruckler irgendwie, oder? Nee. Also irgendwie geht das nicht. Ich kann das nur in meinen eigenen Rucksack tun. Was ist das denn? Das denkst du nur. Man kann da mit dem Rucksack sehr viel anstellen. Ich krieg's nämlich hin. Open, take, da. Da hat mich aber auch neulich mal einer beruhigt. Da hat er auch drunter geschrieben unter irgendeinem Daisy-Folge, dass er's auch nicht checkt. Oh, nee, Militärzombie, da war ein Jägerhochsitz. Was hat denn der bei sich? Schauen wir mal. Ja, ja. Der hat nichts. Und was ich noch aktuell mitbekommen hab, ist ja dieser sogenannte Hack, der da irgendwie aktuell ist, ne? Boah, hast du das Video gesehen von dem einen? Ja, ich hab das Video gesehen, ja. Das ist ja der Wahnsinn. Also du meinst jetzt, wo die ganzen Bäume weg waren und alles. Genau. Ja, ja. Das ist ja richtig fies. Ja, naja, ich kann mich nicht so richtig aufregen, weil ich hab andere Schwierigkeiten hier bei dem Spiel. Insofern, ach, sollen sie alle hacken. Also ich hatte bis jetzt nur zwei Hacker-Begegnungen. Die eine war mal, das war auf dem Server, da ist so ein Typ. In einer Burka, also da hat sich so ein, ja, Burka-Skin aus einem normalen Arma 2-Spiel, hat er sich von Spieler zu Spieler gebeamt. Ich hab da auch Screenshots in meinem Steam-Profil. Und hatte dann erstmal uns alle erschreckt, weil er natürlich plopp direkt vor uns stand und dann langsam auf einen Zug ging. Und das war ein bisschen spooky. Und in einer Nacht dann, oder es war schon Dämmere, ja doch, es war schon Nacht, hat er auch einmal Kühe auf mich regnen lassen an Fallschirmen. Ich war dann echt umzingelt von gefühlt 100 Kühen. Und hat dann eine C-130 an dem Hang neben mir abstürzen lassen. Kann ich da auch was kriegen? Wie was kriegen? Von dem Zeug, was du nimmst. Ich? Ja, diese Drogen. Was für Drogen? Ja, du hast doch gerade irgendwas von 100 Kühen erzählt. Ich hab gedacht, ich bin mitten in Diablo 2 oder sowas. Nein, 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 nein. Deswegen dachte ich vielleicht, du hast irgendwelche Substanzen zu dir genommen. Nein, nein, nein. Da hätte ich dann gern auch welche. Ich hab Beweisfotos. Ach so. Ja, ja, also der hat gehackt, hat er die Kühe hier runter schweben lassen an Fallschirmen. Und ein anderes Mal habe ich ein Hackercamp am Poveda-Damm oben entdeckt. Da waren ungelogen, ich sag jetzt mal so, Minimum 15 Zelte. Dann diese Holz-Munitionskisten, die eigentlich in dem Spiel gar nicht spawnen. Dann sämtliche Autos standen da oben rum, auch in der einen Scheune an dem Damm, wo normalerweise ein Truck, du da nicht mal reinfahren, geschwäge denn da drin parken kannst. Dann natürlich ein Heli voll aufgetankt, voll, also in tip-tip-top-Zustand. Ich meine, da war alles in tip-top-Zustand. Und das Camp, das habe ich dann, also ich war mir hundertprozentig sicher, das war ein Hackercamp. Das habe ich dann auch dementsprechend platt gemacht. Beweisfotos gibt es bei mir im Steam. Profil, also ich habe die Autos in die Luft gejagt, ich habe die Zelte platt gefahren, ich habe versucht, die Holzkisten platt zu fahren. Du Saboteurin! Ja. Weil, wenn ich was nicht ausstehen kann, dann ist es ein Hacker. Ja, das ist ziemlich blöd, sowas. Ja. Das sind viele Häuser. Jetzt habe ich mich so gefreut, dass ich da jetzt die schöne AKM gefunden habe, aber habe nur AK-Magazine dabei. Und keine AKM-Magazine. Das ist natürlich auch ein bisschen ungeschickt. Ja, wir könnten uns hier zwar ein bisschen umschauen, aber wir wollen ja jetzt uns ja mit Mark treffen. Ja, ich habe gerade Zombies gefunden. Ich versuche jetzt hier einfach mal wieder zu flüchten. Ja, wir haben ja auch Gesellschaft. Glaube ich einfach, dass mich keiner dann sieht. Viele, viele besoffene Zombies. Aber ich biete mich ja gerade dazu an, hier wirklich gefunden zu werden. Ich bin so gut ausgerüstet, das ist immer das Gleiche. Hier ist noch so ein Rucksack. Was ist denn hier los? Ich sag doch, also an deiner Stelle wäre ich jetzt irgendwie nicht mehr so locker. Nee, also das ist der... Der Puls geht gerade so ein bisschen hoch. Das deutet doch zumindest darauf hin, dass hier kein Friedens-Nobelpreisträger rumläuft. Ein Hammer. Ah, hier sind so viele Rucksäcke. So viele habe ich noch nie gesehen auf einmal. Und hier ist schon wieder einer. Das gibt es ja nicht. An jeder Ecke ist jetzt so ein großer Rucksack. Folge mir, folge mir in die Scheune. Komm schnell. Das sagst du so einfach. Ja, das sind zu viele momentan. Ich blute. Die versuchen in einer Scheune abzuhängen ist immer eine gute Idee. Ja. Ich blute aus dem Rucksack. Oh, ganz schlecht. Geh die Treppe hoch. Oh, ich habe eine Toilette gefunden. Und verbind dich erstmal. Wie praktisch. Ich glaube, ich nutze die Zeit einfach mal, um zu gucken, wo ihr jetzt vielleicht seid. Also ich bin... Meine Fresse. Das war jetzt unangenehm. Was ist das denn? Hurra, ich kann mich selber bandagieren. Ich habe es begriffen. Ja. Ich habe doch gesagt, ich habe eine Karte gefunden, ne? Auf dieser Karte hat irgendjemand ganz viele Sachen verzeichnet. Ein Helikopter oder irgendwie andere Sachen. Ganz viele. Ja, ja. Das ist ja Wahnsinn. Das habe ich schon auch gesehen. Aber das ist... Da spielt wieder irgendeiner auf der Map rum. Ach so, das kann... Das kann jemand festlegen und dann sehen die... Sehen das alle, oder wie? Genau. Das sieht jeder auf dem Server. Ah, okay. Irgendeiner spielt da auf der Karte rum. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeine Markierung machen würde, siehst du die nachher auch. Okay, dann versuche ich jetzt, euch mal zu finden. Wo seid ihr? Äh... Das kann dir Harald sagen, weil er hat Punkte. Weil ich bin ja gerade ein bisschen beschäftigt. Ich habe was? Du hast auch eine Karte. Ach so, ich dachte, ich darf mit Zombies töten. Das darfst du auch. Okay, dann töte du. Wir sind in Gorka. Sehe ich gerade. Gorka. Wie weit ist das denn von Tscherno entfernt? Und wo ist es in welche Richtung? Äh... Nordosten. Ach so, du hast ja keinen Kompass, ne? Nordosten? Schock habe ich außerdem nicht, aber... Das dürfte so circa fünf Kilometer noch von Tscherno weg sein. Okay. Irgendwie, wenn du auf die Karte guckst, irgendwie eine Richtungshinweise. Nordosten. Ja, rechts. Und dann, äh... Ach so, du hast keinen Kompass, ne? Nee, ich habe keinen Kompass. Und Scherco? Nee. Nee. Wie hieß das? Gorka. Gorka. Also nach rechts kann ich gar nicht so richtig scrollen, denn dann geht es irgendwie auf den zweiten Bildschirm. Das ist natürlich doof. Kann ich die Karte mit den Maustasten bewegen? Nee. Mit den... Geht auch nicht. Was ist das denn? Rechte Maustaste gedrückt hat, dann kannst du die Karte verschieben. Ach, wunderbar. Okay. Vielen Dank, Nachhilfelehrerin. So lernt man da zu. Aber Gorka finde ich trotzdem nicht. Das ist, äh, ähm, so gesehen links von Beresino auf der Karte. Zwischen, zwischen Beresino und Starisobo. Und ich könnte dir auch das Planquadrat nennen. Sag mal. Ja, das geht, glaube ich, besser. Was ist denn los? Voll fast auf. Äh, ich wollte sagen, Harald, schieß mal mit deiner Winchester kurz nicht. Das trifft nix. Ist das ein Flashmob hier oder was? Ja, ja. Die kommen alle zur Party. Mann, 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 ey. Also hier, hier kannst du mal Sacker schreiben. Ähm, Marv, gib Obacht. Ähm, Planquadrat momentan, äh, oben 0,96, links 0,64. Was? 0,96? Äh? Da, so. Oh, ich hab gar keine Munition mehr. Haha, ich verpiss mich. Oben. Äh, Wechsel zu Pistole. Aber wir gehen jetzt hier dann eh gleich raus. Wenn wir... Da oben seid ihr. Oh Gott, da ist Gorka. Wir gehen hier gleich raus. Wie denn, bitte? Das ist ja nicht so gerade der nächste Weg. Nee, wenn ich jetzt dann den nächsten oder letzten erledigt hab. Ich weiß nicht. Das sieht ja aus, als ob da irgendwie, keine Ahnung, ne Geburtenstation wäre in der Nähe. Okay, dann versuch ich da mal irgendwie hinzukommen. Das wird nicht leicht. Einfach dem Geruch nach. Ja. Das ist stinken wie die Sau. Also hier, also ich hab mich ja schon drüber beschwert, dass es jetzt hier überall Rucksäcke rumliegen. Aber das hat sicherlich einen Grund, weil hier sind vor allem auch überall Spielerleichen. Überall hört man Fliegen. Und die summen hier rum. Ja, einer hatte hier irgendwas. Ich bin mal gespannt, was ich hier oben noch alles finde. Vor allem wahnsinnig viele Brecheisen. Bin ja eher so der Axtyp. Bin ja so der Axtyp.